Halli Hallöchi meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Rising World Oh, hier ist noch alles an. Sehe ich gerade. Oh ja, fein. Ach genau, hier. Hä? Hab ich nicht. Wie ist das hier? Nein, nein. Ah hier, da war es gerade. Ah hier. Da ist noch Brennmaterial drin. Ach genau, das wollte ich ja noch fettig brennen lassen. Ja, jetzt ist Nacht. Hm. Ah, die Lampe leuchtet. Blau. Ja, gut. Hauptsache Licht. So. Decke ist zu. Das heißt, wir frieren jetzt nicht mehr. Ah, hier wollte ich wieder anmachen. Genau. So. Okay. Was wollte ich denn tun? Ähm. Ich hab mich übrigens informiert. Der. Hier. Wer ist das hier? Werkbänke. Die. Werkbankstufe 2. Die Aluminiumplatte. So. Das ist tatsächlich Aluminium. Und Aluminium findet man nicht in den Höhlen, sondern hier so auf dem Boden. Aber dazu sollte es am besten Tag sein. Ähm. Hm. Also könnte ich jetzt noch andere Sachen tun. Vorerst. So. Haben wir eigentlich dieses Holz? Ja, dieses Holzding haben wir. So. Aber hab ich denn Holz? 4, 6. Ja, gut. Ist nicht so viel. Wie sieht's hier aus? Da hab ich Eisenplatten. Aber kein Holz. Und hier ist auch kein Holz drin. Gut. Kann ich denn aus den Eisenplatten? Was könnten wir denn da? Da läuft noch sehr gut. Hier ist alles dicht. So. Da kann ich nur die. Genau. So. Da müssen wir mal hier schauen. Webstuhl haben wir. Spinnrad haben wir. Gebgestell. Malwerk. Da brauchen wir Eisenplatten dazu. Stein und Holz. Hier brauchen wir auch Eisenplatte. Papierpresse. Haben wir's? Haben wir. Sägebank haben wir. Den Schmelzofen haben wir auch. Sehr gut. So. Was haben wir denn noch? Trinkweite? Uhr, Kompass, Angel. Ach ja. Wenn ich losziehen will. Was? Ach das ist im Lied. Okay. Um. Aber nur für fünf Minuten. Engelische Fackel. Kann mit Wasser befüllt werden. Brauchen wir dann auch irgendwann. Wenn ich losziehen will. Dann wäre ein Kompass zur Navigation ganz hilfreich. Kupferplatte und Kupferstab. Das sollten wir herstellen können. Mit Kupfer. Haben wir. Kupferbarren. Jawoll. Kupferplatte. So. Das ist Wollform. Ähm. Achso. Wie viel? Vier Kupferstab, eine Kupferplatte. Dann machen wir nämlich mal einen Kompass. Falls ich mich verlaufen sollte. Ich weiß ja gar nicht wie der funktioniert. Also von dem her. Müssen wir mal schauen. Kupferplatte. Eine Kupferplatte. Ah ne. Das gibt gleich 16. Ah nein. Ich hab. Ah. Ich hab 15. Okay. So. Und. Äh. Kupferstab. Waren vier. Ne. Das gibt gleich vier Stück. So. Dann. Sollten wir jetzt eigentlich schon einen Kompass herstellen können. Kupferplatte. Null. Hä? Hä? Habe ich die nicht hergestellt? Hä? Ich hab doch gerade eben. Moment mal. Hä? Hat irgendwie nicht funktioniert gehabt. Okay. Gut. Jetzt haben wir sie. So. Gut. Einmal Kompass. Ausrüstung. Hotkey Car. Ah. Sehr gut. Also da ist Norden. Wenn wir jetzt also nach da hinten raus gehen würden. Dann müssten wir, wir müssen immer wieder in Richtung Süden. Dann kommen wir wieder hier her. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Was haben wir denn hier noch Feines? Ah ne halt. Äh. Hier. Holz. Haben wir eigentlich nur alles aus Holz. Ne? Bauelemente. Sitze, Tische, Schränke. Verschiedenes. Fensterrahmen. Kann in der Welt platziert werden und was? Und um eine Glasscheibe erweitert werden. Ja. ein paar Glasscheiben. Weiß ich nicht. Absperrungen. Habe ich schon mal erwähnt, dass es krank ist, was es hier alles gibt. Das ist... Verrückt. Bär... Was? Bären? Bärenfeldteppich. Ah ok. Bärenpelz. Wer hätte es gedacht? Ok. Ähm. Uhr. Brauchen wir eigentlich nicht. Dynamit. Venganische Fackel. Eimer. Sehr gut. Fernrohr. Fernrohr wäre glaube ich gar nicht schlecht. Zwei Kupferplatten. Können wir auch mal noch machen. So. Eins. Zwei. Haben wir. Sehr gut. Dann machen wir noch ein Fernrohr. Ja. Ok. Sind beide bei K. Ui. Ok. Das äh. Ah. Das ist nicht schlecht. Ok. Wunderbar. Hey. Fernrohr ist nicht bei Ausrüstung? Nö. Na gut. Dann lassen wir es mal hier drin. Äh. Oh. Die ist fertig. Öhm. 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 Döhm. 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 Ja. Du dahinten. Ach. Hab ich schon. Holen wir mal das Eisen hier raus. So. Und draußen haben wir auch noch Eisen. Döhm. 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 Pam 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 Am. So. Sind das alle? Sieht so aus. Ähh. Sechzig Eisenbaden. Sehr gut. So. Und wo haben wir die? Hier. Und hier die Kupferbaden wieder rein. Ok. Dann hole ich erstmal die die von draußen. Der ist jetzt auch aus. Ok. Wunderbar. Und hat sogar gereicht. Na ja gut, dann können wir die jetzt so. So, kann man den jetzt wieder abbauen? Ähm. E. Ah, entferne einfach einen Schmelzofen. Tatsächlich, jetzt haben wir den im Inventar. Ja, wunderbar. Aber was will ich damit noch? Naja, ich tue den mal hier in die Kiste rein. So, noch mehr Lampen wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Dann können wir hier mal umswitchen. Lichter. Laterne, Decke. Ist ja alles Decke eigentlich. Eine Laterne. Offene Flamme kann an der Decke montiert werden. Ja, und die hier ist halt ohne. Ja, die ist irgendwie schöner. Braucht Eisenplatten. Äh, Eisenbahnen. Dann haben wir noch acht Stück. Dann können wir da auch mal Eisenplatten machen. Acht Stück. So. Da machen wir eben mal acht Lampen. Da, 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 da. Maximal acht Stück. So, dann das hier weg. Entferne Fackel. Entferne Fackelhalterung. Und brennende Fackel ab ins Inventar. Äh, ab in den Dinger hier. Klar, kein Problem. So. Das ist Fernrohr, das ist Holz. Sehr gut. So, und dann haben wir ja hier Lampen. Ja, genau. Dann machen wir hier mal eine über die Werkbank. So. Zack. So, dann machen wir hier auch eine drüber. Zack. Dann auch hier eine drüber. Und über den Ofen, dass wir hier auch was sehen. Oh, hier heißt das. Schön hell hier. Okay, das da weg. Ja, ich will dich haben. Hm, die Fackel da raus. So. Fackelhalterung. Kommt auch hier rein. So. Und die Fackel auch hier rein. So. Sehr schön. So. Entschuldigung. Moment, ich muss mal. So ist besser. So. Also, hier haben wir jeweils drüber. Dann könnten wir eigentlich hier nochmal eine hinbauen. So. Und hier über den noch eine. So. Und dann haben wir auch noch für hier eine. So, wo ich dann. Ah, schön. Wo ich dann meinen Aufgang mache. Da muss ich mal noch schauen. So, hier ist eigentlich alles hell genug. Gut, dann würde ich die auch erstmal. Hier rein verpflanzen. Ah, ist eh nur noch eine. Okay, gut. Sehr schön. So, was habe ich denn? Sonst habe ich nichts mehr. Okay. Ich würde ja gerne draußen auch noch Licht hier machen, ne? Aber das ist, äh... Die sind halt nur für die Decke. Da bräuchte ich dann hier... Hier wird der Tür noch... Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ah, weißt du was? Ich probiere mal was. Ähm... Haben wir noch Stein? Block. Block. Welches ist davon welches? Das ist der feine, ne? Der Deckenblock. Ach so, den kann ich jetzt aber nicht mehr... Kann ich den Endo noch? Hier. Äh... Nein. Also gut, dann brauche ich da nochmal neuen. Schade eigentlich. Den kriege ich nicht mehr zu Stein zurück. Aber ich habe noch genug Stein. Ja, wunderbar. Okay, dann machen wir mal dat. So, was nehme ich denn da? Okay, hier. Stein, Ziegel. Das hier und dann so. Mal schauen. Das hier vielleicht, so. Oder... Was haben wir noch? So, rot. Backsteinmäßig. Ah, oder das hier. Das sieht gut aus. Oder das? Ne, ich glaube, ich nehme das hier. So, dann, ähm... Mache ich da mal... Ich weiß nicht. Vier Stück. So, mal schauen, wie dat aussieht. So, und dann... Und dann... Ah ja, die Lampe ist jetzt... Da drin. Haben wir jetzt natürlich auch nur noch eine. Da bräuchte ich jetzt... Ach nein, halt. Die wollte ich ja gar nicht. Ich will ja da eine andere haben. So, dann Stein. Ach komm, dann mache ich das... Da auch gleich mal. Nochmal. Vier Stück. So, das findet... Da finden wir dann nämlich auch die Bude einfacher wieder. Ja, so. Sehr schön. Ah, die Vögel zwitschern. Wunderbar. Gut, dann sollte ich hier den Ofen mal wieder auffüllen. Mit... Kupfer. Eisen. Zehn Stück nur noch. Und das ist Kupfer. Dann Eisen. Was ist das? Erde. Kupfer. Eisen. Ja, dann machen wir das mal. Kupfer und Eisen. Da, da, da. So, Eisen. Die hintere Reihe hier. Und dann... Der Rest Kupfer. Ah, die Vögel einswitschern. Sehr schön. Da, 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 da. So, da hinten auch noch. Mann, ist der Ofen riesig. Unfassbar. Ach, das war's schon. Okay. Da, 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 da. Dann da haben wir nochmal Kupfer und Wolfram. Ah, ne, 64. Das reicht, glaube ich, noch für hier. So, und anschmeißen das Ding. Hier sieht's aus mit Brennstoff. Oha, ja, okay, da ist noch sehr viel drin. Sehr schön. So, und... Ah, die Sonne geht auf. Wunderbar. Dann schnapp ich mir hier mal... ein paar Sachen weg. Gartenfackel, diese Fackel. Das Ding. Ja, den packen wir mal rein, dass wir drinnen schlafen können. Bett haben wir ja noch nicht. Gartenfackel und Gartenfackel und Gartenfackel. Hier mal den Garten ein bisschen aufräumen. Na? Okay. So, und die Werkbank. Wunderbar. Ich bräuchte noch mehr Holz. Definitiv. Okay, kleiner Unterschlupf. Den könnten wir eigentlich mal... irgendwo hinstellen. Äh, hier beim Eisen erstmal. Wo ist vorne, wo ist hinten, ist wahrscheinlich egal. So, Danny spielt Forza. Machen wir mal so. Da, 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 da. Okay. Schlafen geht, sehr gut. So, dann haben wir hier ein paar Fackeln. Normale und Gartenfackeln. Normale und Gartenfackeln. Das ist Stein. Das ist mein Fernrohr. Da ist noch Kupfererz. Kupfererz. So, Kupfererz erstmal wieder zurück. Und dann machen wir aus Stein. Ach ne, haben wir ja schon. Dann kann Stein auch wieder zurück. So, das ist Erde. Dann brauchen wir noch Eisenplatte. Oder ich mach das dann tatsächlich bei Nacht. Komm, ich mach das bei Nacht. Dann machen wir hier nochmal aus. Und dann gehen wir mal... ...ein bisschen... ...ähm... ...ein bisschen Alu suchen. Ah, ne, K. Oh, is this a K? K? Hotkey K. Hey. Warum hab ich jetzt kein Inventar mehr? Oder keine Axt? Warum seh ich meine Sachen nicht mehr? Das ist seltsam. Ähm, oh. Okay. Ich kann also klopfen, aber ich seh's nicht. Das ist kontraproduktiv. Ähm, oh. Warum? Huch. Ah, hier. Äh, aber warum seh ich die Sachen nicht mehr? Das ist ja kacke. Ja, dann seh ich aber den Kompass gar nicht mehr. Oh, hab ich jetzt meinen Speicherstand geändert. Moment, dann... Machen wir so. Escape. So, aber jetzt ist es nicht gespeichert, oder? Äh, nein. Ja, gut, äh, jetzt, äh, jetzt seh ich meinen Kompass nur leider nicht. Fernrohr. Ich guck mal, ob ich es Fernrohr benutzen kann. Fernrohr geht. Ah, jetzt geht auch der Kompass wieder. Okay. Irgendwie war was buggy. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause. Und dann, äh, ziehen wir nächste Folge mal los. In Richtung Norden. Mal nach da hinten. Ja, und dann kann ich auch noch ein bisschen Essen sammeln und nebenher essen, um unsere Gesundheit wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Aber das, äh, machen wir dann morgen, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Rising World. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.